Wir waren bei Jörg Schmitz im Atelier gewesen, haben mit ihm unsere Vorstellungen besprochen und wir haben einen Vorschlag von ihm bekommen, der sofort das getroffen hat, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben uns bewusst für dieses Motiv, für die Schriftkunst entschieden und auch für den Künstler Jörg Schmitz ganz bewusst. Ursprünglich waren hier Monitore geplant, die Werbung und die auch Fernsehen zeigen. Wir haben dieses Kunstwerk im Gremium Vorstand einstimmig beschlossen und haben uns auch getraut, das unserem Aufsichtsrat vorzustellen. Auch da haben wir festgestellt, einstimmig wurde dieses Werk als genau das richtige Werk angesehen. Jörg Schmitz hat es verstanden, unsere Botschaft, nämlich von hier für hier, so umzusetzen und darzustellen, dass es sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter eine ganz klare Botschaft ist. Das Motiv wird immer wieder gerne von uns aufgegriffen, sowohl für unsere Printmedien in Auszügen, für den Geschäftsbericht, für unsere Broschüren, für unsere Werbung. Und was wir auch feststellen, selbst die Presse wählt immer gerne als Hintergrund dieses Motiv. Und ja, wir haben einmal den farblichen Kontrast, der natürlich auch die Farben der Bank widerspiegelt, das Blau und das Orange. Wir hatten ein Gesamtkunstwerk, wenn man das so nennen darf, vorgestellt. Da gehört einmal diese Grafik dazu, aber auch die Beschriftung der Sichtschutzwände im Kundenberatungsbereich. Es wurde sofort als genau das anerkannt und akzeptiert und wurde auch sofort genehmigt. Wir stellen immer wieder fest, neue Kunden oder auch Kunden, die schon mehrmals hier im Hause waren, beschäftigen sich immer wieder mit dieser Grafik. Wir haben nach einem künstlerischen Gesamtkonzept für unsere Kundenhalle gesucht, weil wir uns auch von den Mitbewerbern abheben wollten und hier auch einen Meilenstein für Gelnhausen setzen wollten. K16۔ K16 Meet K16 Untertitelung des ZDF, 2020